Musik Das Mosel Musikfestival in Gröf war auch in diesem Jahr ein großer Erfolg. Viele Zuschauer genossen das Konzert Zauber einer Sommernacht. Es konnte nicht auf der schwimmenden Moselbühne stattfinden, allerdings bot die Weinbrunnenhalle eine ausgezeichnete Alternative im Moselort. Beim nächtlichen Musikzauber standen Filmmusik und Musicals im Mittelpunkt. Dazu waren die Kölner Symphoniker unter der Leitung ihrer Chefdirigentin Inga Hilsberg an die Mosel gekommen. Die Zuhörer erkannten viele Melodien aus den Filmen Vom Winde verweht, Star Wars und Fluch der Karibik. Natürlich durften auch die bekannten Titel aus den Streifen Titanic und James Bond nicht fehlen. Abgerundet wurde der Abend mit Darbietungen von Sopranistin Esther Hilsberg und Tenor Rob Pitcher. Beide machten mit ihren Interpretationen von Musical-Klassikern wie dem Phantom der Oper und Evita eine gute Figur. Auch in diesem Jahr klang der Abend mit einem großen Feuerwerk über der Mosel aus.